Die Jesuitenkille von Luzern Dank ihrer Akustik ist sie weltberührt. Über dem mittleren Hauptportal steht in einer Muschelnische die Figur des Kirchenpatrons Franz Xaver. Zu seinen Füssen zwei Bekehrte. Über die beiden angrenzenden Portale haben die Läuhe das Luzerner Wappen. Dank der finanziellen Unterstützung des damaligen Schultesses Ludwig Pfeiffer, der jedes Jahr Geld aus seinem Privatvermögen bezahlt hat, sind 1574 die ersten Jesuiten in Luzern sesshaft geworden. In der Blütezeit zwischen 1650 bis 1700 hat es im Kollegium bis 400 Studenten, die Rhetorik, Dialektik, Philosophie, Theologie und Griechisch gelehrt haben. Sind echte Kirchenbesucher auch wirklich von ihrem Glauben überzeugt? Und sind sie echt auch genau nach der Bibel gelehrt worden? Da kann man ein Fragezeichen setzen. Jede Religion meint, nur sie sei die einzig Richtig. Wenn man in die Kirche kommt, kommt man zuerst in eine fensterlose Vorhalle mit farbenfrohen alten religiösen Bildern. Von hier geht es in grosse, leicht erfüllte Kirchenraum. Die Decke wird von spätbarocken Malerei dominiert. Jesuitenkirchen von Luzern ist ein einzigartiger Höhepunkt von den grossen barocken Sakralbauten. Der Hochaltar ist nach einem Entwurf von einem Jesuitenpater in rotem Stück Marmor gebaut worden. Die kleine barocke Orgel auf der Seite des Hochaltars wird nicht nur zum Üben gebraucht. Die Kanzel wie auch der Hochaltar ist vom gleichen Pater entworfen worden. Vergoldete Putten und Bosunengel ziehen die barocke Kanzel. Nicht nur einheimische besuchen die Kirche. Auch die Touristen aus der ganzen Welt bewundern die barocke Kirche. Die Kanzel wie auch die Kirche. Über die linken und rechten Seitenkapellen erheben sich die schön geschwungenen Emporen. Die Tourgelen über den Eingangsemporen ist 1980-82 durch die Tourgelbaufirma Metzler in Dietikon neu gebaut worden. Frau Elisabeth Zawadki gibt nicht nur Orgelunterricht, sie gibt auch Konzerte in dieser Kirche, die für die hervorragende Akustik bekannt ist. Ich habe mich auch entschlossen von Anfang an sehr schnell zu machen, eventuell ein bisschen auffangen zum C runter und ich finde auch diese Bewegung ist nichts Neues, die hängt an dem C dran. Also nicht irgendwie C halten und dann Staccato weiterspielen, sondern aus dem C heraus wieder nach oben starten. Auf der rechten Seite die erste von vier Kapellern, Maria-Kapelle mit dem Reliqui-Tabernakel vom heiligen Placidus. Das Altarbild zeigt die Verkündigung in der Maria. Karl Borromeus-Kapelle. Im Reliqui-Tabernakel sehen wir die Büste des heiligen Karls, die von einem Luzerner Goldschmied gemacht wurde. Das ist die Bruder-Klaus-Kapelle. An der Stelle des Altarbildes steht die lebensgrosse Statue des heiligen Bruder Klaus, angelegt mit einem echten Eremiten-Rock. Die nächste ist die Silvanus-Kapelle, Tabernakel und Reliquie vom heiligen Silvanus. Das Altarbild zeigt den heiligen Silvanus, ein junger Römer, wie er von den Soldaten töten wird. Auf der linken Seite sind weitere vier Kapellen. Die erste mit den heiligen drei Königen. An der Stelle des Tabernakels gab es das Bild des heiligen Stanislaus Kostka, die von der Maria das Jesuskind empfohlt. Die nächste, die Aloisius-Kapelle, ist die einzige von diesen acht Seitenkapellen, die im Rokoko-Stil gebaut ist. Das ist die reich dekorierte Josefskapelle. Im Reliquie Tabernakel steht die Silberbüste vom heiligen Polycarp, auch eine Arbeit von einem Luzerner Goldschmied. Die Ignatius-Kapelle mit einem prunkvollen Reliquie Tabernakel. Das Altarbild zeigt den Gründer des Jesuitenorden, Ignatius von Loyola. Überall sieht man in der Kirche die schönen Stukaturen aus dem 16. Jahrhundert. Von besonderem künstlerischem Interesse ist die grosse Sakristein. Dieser festliche Raum gleicht eher in einem Festsaal als in einem Sakristein. Der steinerne Renaissance-Wandbrunnen ist aus dem Ritterpalast, das früher das Jesuitenkollegium war. Die Möbel stammen aus dem 16. Jahrhundert. Karl Borromeos Altar. Das Bild zeigt den heiligen Karl im weissen Bischofsornat. Im angrenzenden Raum ist der Kirchenschatz aufbewahrt. Der Kirchenschatz aufbewahrt. Der Kirchenschatz aufbewahrt. Der Kirchenschatz aufbewahrt. Schwung ist der Kirchenschatz aufbewahrt. In der Kirchenschatz aufbewahrt. Es ist einsteiger Raum. Musik Beginnen wir unseren Ortesdienst. Im Namen des Wartes und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Ich heisse Sie zusammen mit meinen beiden Co-Celebranten, Vater Morinzian. Es gäbe noch viel zu erzählen über die schöne, interessante barocke Luzerner Jesuitenkirle. Haben Sie Interesse? Dann machen Sie am besten gerade selber einen kleinen Besuch. Vielleicht bei einer Predigung oder bei einem Konzert. Musik 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 Musik